Hallo liebe Freunde der Schachvideos. Der European Club Cup ist vorbei. Glückwunsch an das Siegerteam Siberia. Und bis zum European Team Cup, dem Äquivalent für Ländermannschaften, ist es noch eine Weile hin. Aber trotzdem haben wir nicht superturnierfreie Zeit. Es läuft das Bilbao Masters, so heißt es glaube ich. Ein kleines, aber feines Superturnier mit nur vier Teilnehmern. Und zwar Vichy Anand, dem Ex-Weltmeister aus Indien. Anish Giri, der holländischen Nummer 1. Ding Liren, der chinesischen Nummer 1. Und Wesley Soh. Nur noch die US-amerikanische Nummer 3. Aber diese Partie schauen wir uns an. Zwischen Wesley Soh und Ding Liren. Gespielt in der ersten Runde. Wesley Soh mit den Weißen Steinen. Hier haben wir die Protagonisten. Beide noch sehr jung. Wie alt sind sie? Ich glaube Wesley Soh ist 22, Ding Liren 23. Aber völlig sicher bin ich mir nicht in ihren frühen 20ern. Wesley Soh führt die Weißen Steine und wir steigen ein in die Partie. Soh greift zuerst ins D4. Und Ding Liren, ein großer Anhänger des Königs Gambits nicht, des Königsinders, greift zu eben diesem. Wesley Soh hat zuletzt keine guten Erfahrungen mit Königsindisch gemacht. Hat ziemlich Schiffbruch erlitten gegen Hikaru Nakamura im Sinkfield Cup. Die Partie kann ich jedem nur ans Herz legen zum Nachspielen. Eine sehr, sehr beeindruckende Partie von Nakamura auf der schwarzen Seite. Aber trotzdem scheut Wesley Soh sich nicht, wieder in die Hauptvariante zu gehen. Gegen einen anderen großen Spezialisten, den Chinesen Ding Liren. Nachspringer E1, Springer D7, Läufer E3, F5, F3. Folgen die Spieler der Partie Soh gegen Nakamura. Schwarz greift zum Standardplan, F4, Läufer F2, G5, um am Königsflügel den Durchbruch G4 vorzubereiten. Und Weiß muss was tun am Damenflügel, typisches Spiel für Königsindisch. Gegen Nakamura erlitt Wesley Soh Schiffbruch mit dem Zug Springer D3, um C5 vorzubereiten. Und diesmal wechselt er die Variante und spielt den Zug Turm nach C1. Hat auch wieder viele Ideen auf der C-Linie, aber eine sehr konkrete. Und die sehen wir in dieser Partie Springer G6, ein typischer Teil des schwarzen Aufmarsches. Und Weiß greift sofort zu C5, ohne dies vorzubereiten. Und der ein oder andere mag sich fragen, aber dieser Bauer hängt doch. Und so ist es in der Tat, dass ein Bauernopfer der Theorie wohl bekannt. Und die Idee ist, dass nach Springer schlägt C5, B4, der Springer nicht auf sein angestammtes Feld D7 zurückkehren kann. Weil jetzt Springer B5 ein großes Problem darstellen würde für Schwarz. Der Bauer C7 kann nicht vernünftig gedeckt werden. Daher muss dieser Springer nach B4 auf das Feld A6. Und da steht er nicht besonders gut. Zum einen ist er nicht sonderlich aktiv. Er greift zwar den Bauern an, aber der wird gedeckt werden. Und vor allem ist er weit, weit weg vom Königsflügel, wo er gerne hin würde. Und kann daher nicht mithelfen, den Vorstoß G4 vorzubereiten. Daher investiert war es ein Bauern, um einerseits diese C-Linie halb geöffnet zu halten und andererseits den schwarzen Springer schlecht zu stellen. Ist keine neue Idee, hier gibt es schon viele Partien zu dem Thema. Auch Klassiker von Kasparov und so weiter und so fort. Aber die Idee bleibt aktuell und das hat So sich für diese Partie rausgesucht. Springer nach D3. Der andere Hauptzug ist Springer B5. Aber beides kann häufig ineinander übergehen. Springer nach D3 überdeckt diesen Bauern. Bauer nach H5. Auch hier die schwarzen Züge sind relativ austauschbar. Turm F7 wird auch häufig gespielt. Turm F7, H5, Läufer F8 und Turm G7 ist im Allgemeinen der schwarze Aufmarschplan. Wie üblich mit der Idee, G4 vorzubereiten. H5. Jetzt folgt Springer B5. Bellt den C7 im Auge und droht Springer schlicht A7 oder täuscht dies jedenfalls an. Dinglieren entschließt sich, dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Dann spielt den Zug B6, was Springer schlicht A7 verhindert. Was aber gleichzeitig auch ein bisschen seinen Darmflügel schwächt. Vor allem die Position dieses Sprengers auf A6, der jetzt eher ein Angriffsziel werden kann, wo er nicht mehr von dem Bauern B7 gedeckt ist. Ich bin mir nicht sicher über die Güte des Zuges B6. Unser Freund Robin van Kampen in seiner ausgezeichneten Videoserie über Königsinnisch auf Chess24 empfiehlt einen Aufbau mit Turm F7 und Läufer F8 und rät dazu, diesen Bauern einstehen zu lassen, nach Sprenger schlicht A7, Läufer D7 zu spielen und Weiß den Bauern zurückzugeben und den investierten Bauern zu nutzen, um Gegenspiel am Königsflügel rechtzeitig aufbauen zu können. Eine interessante Idee, die auf jeden Fall eine sehr ernstzunehmende Alternative für Königsinnenspieler darstellen sollte. Dinglieren spielt B6. Das hat den Vorteil, dass Schwarz danach ein Bauern mehr hat und Weiß muss sich um Kompensation bemühen. Läufer nach E1. Auf den ersten Blick ein überraschender Zug, aber ein Manöver, das man sich merken sollte. Der Läufer überdeckt nicht nur diesen Bauern, sondern er räumt auch das Feld F2 für den Springer. Es geht darum, gegen G4 anzukämpfen. Wie gesagt, der Springer unterstützt G4 schon nicht mehr und nach Springer nach F2 hat Weiß dieses Feld relativ gut kontrolliert. Und ohne G4 ist es für Schwarz sehr, sehr schwer, Fortschritte zu machen. Turm nach F7 jetzt. Das typische Manöver. Überdeckt den Bauern auf C7. Läufer nach D2. Läufer nach F6. Auch hierüber kann man streiten. Ist ein relativ passiver Plan. Dinglieren möchte sein. Läufer nach D8 überführen, um den Bauern C7 überdeckt zu halten. Aber das geht ein bisschen auf Kosten seiner eigenen Aktivität. Trotzdem ist es für Weiß nicht besonders leicht, hier durchzubrechen bzw. Fortschritte zu machen. Daher stabilisiert Soho erstmal sein Königsvögel, spielt Springer nach F2. Dame nach E8 räumt das Feld D8 für den Läufer. Und Dame nach A4 legt den Finger in die Wunde, nämlich die Position des Springers auf A6, der eben nicht mehr von seinem Bauern B7 unterstützt wird. Noch tut nichts, weil dieser Springer auf B5 noch gefesselt ist. Aber das wird sich gleich ändern. Läufer nach D8 überdeckt den C7. Dame nach A3 entfesselt den Springer. Und jetzt liegen Ideen wie Springer schlicht D6 gefolgt von Läufer schlicht A6 in der Luft, sodass Schwarz gezwungen ist, was zu tun. Und Dinglieren entschließt sich, nicht weiter passiv zu bleiben, sondern zum Angriff überzugehen mit dem Zug G4. Auf passive Alternativen wie Läufer nach B7 zum Beispiel wäre Springer schlicht D6 schon eine sehr ernstzunehmende Option. Daher versucht Dinglieren, den kurzen Moment zu nutzen, wo die weißen Figuren das Feld G4 nicht unter Kontrolle haben. Wenn Weiß hier zweimal schlagen würde, wäre sein Springer auf B5 angegriffen und Weiß würde eine Figur verlieren. Aber stimmt das? Ich hoffe, das stimmt. Weiß schlägt erstmal einmal F schlicht G4, H schlicht G4. Und jetzt kann er sich noch nicht auf G4 bedienen, wegen, wie gesagt, Läufer schlicht G4, Läufer schlicht G4 und Dame schlicht B5. Figur verlieren stimmt nicht. Läufer E6 könnte Weiß hier machen. Aber er würde schlechter stehen am Ende dieser Variante. Daher nicht von Interesse für Wesley Sow. Und er spielt stattdessen den Zug Springer nach C3 mit Doppelangriff auf den Springer A6 und den Bauern G4. Und wenn Weiß diesen Bauern umsonst erhalten würde, nach zum Beispiel Springer nach B8, Springer schlicht G4, wäre der schwarze Angriff am Königsfügel erstmal vorbei. Weiß würde diesen Springer stabilisieren mit Manövern wie Springer D1, Nips, Springer F2 und würde besser stehen. Das gefällt Dingliere nicht und deshalb greift er zu einer sehr harten Maßnahme. Er opfert diesen Springer einfach mit Springer schlicht B4, steckt ihn ins Geschäft, um ein bisschen Zeit und einen Bauern dafür zu kriegen. Sagt sie, der Springer ist eh weit weg vom Schuss. Warum nicht? Weg damit. G3 ist auch noch eine Alternative, die naheliegt. Ein typischer Königsinnischzug. Aber hier hat Schwarz nicht genug Feuerkraft am Königsfügel, um seinen Angriff hier zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Weiß würde einfach schlagen, Springer H1 spielen, diesen Bauern angreifen. Der Springer ist immer noch angegriffen und der schwarze Angriff geht nicht voran. Schessen würde Weiß die Initiative übernehmen am Königsfügel. G3 also keine gute Option. Daher die Flucht nach vorn mit Springer schlicht B4. Eine sehr interessante Idee. Dem Computer gefällt es nicht, aber dem Computer gefällt eine Königsinnestellung eigentlich nie. Daher sollten wir nicht zu viel auf die Meinung des Computers hier geben. Springer schlicht B4, Dame schlicht B4 und der Zug F3 versucht Linien am Königsfügel zu öffnen oder wenigstens diesen Pfahl im Fleische zu etablieren auf F3. Beispiel Läufer B5, einziger Zug, der Läufer muss weg. Dame nach E7. Alternative wäre Dame nach F8 mit dem nicht sehr subtilen Plan. Turm H7, Springer F4, Dame H6 und Dame schlicht H2 matt. Was nicht so leicht zu parieren ist. Weiß muss G3 spielen, um den Königsfügel geschlossen zu halten. Und jetzt Turm H7, wonach Springer F4 in der Luft liegt. Wenn ein achtloser Zug käme, wie zum Beispiel A4, wäre Springer F4 bereits tödlich. Auf G schlicht F4 käme der krünende Abschluss. Turm schlicht H2. Darum ist Königsinnestellung unangenehm. Man muss immer auf der Hut sein vor all diesen Geschichten. König schlicht H2, Dame H6 Schach und Schwarz gewinnt. König G3, Dame H4 matt, König G1, G3 und es droht undeckbar Dame H2 nebst matt. Beziehungsweise Dame H2 direkt matt. War ein bisschen kooperativ von mir die Variante. A4 ist kein guter Zug. Weiß sollte Sprenger D3 spielen, dieses Feld F4 weiter überdecken und Turm F2 vorbereiten. Aber trotzdem wäre auch diese Stellung noch sehr, sehr kompliziert mit durchaus intakten Gegenschancen für Schwarz. Dinglierin greift stattdessen zu Dame nach E7 und So macht wieder den Königsvögel zu mit G3. Von E7 hat die Dame das Problem, dass sie nicht ganz so schnell auf die H-Linie kommt. Aber Dinglierin arbeitet trotzdem an eben diesem Planspiel, Turm H7. Erstmal geht der Turm auf die Linie, Dame nach C4 und Turm nach H8 mit der Idee, Dame H7 und Dame schlägt H2. So hätte hier Sprenger D3 spielen können, um sich passiv dagegen zu verteidigen, was ja durchaus infrage kam. Hier haben wir eine ähnliche Stellung wie eben, Dame H7, Turm F2 und Weiß hat erstmal alles gedeckt. Trotzdem hat Schwarz noch einiges an Spiel für die Figur und völlig klar ist mir die Stellung nicht. Kann sein, dass Weiß hier am längeren Hebel sitzt. Aber Wesley So war das zu passiv und er geht direkt zum Angriff über mit dem Zug Dame nach C6. Greift den Turm nach A8 an, auf A8 an und dran droht Dame E8 Schach mit Damentausch, was nicht im Sinne der Schwarzen ist. Daher ist der Schwarze zu klar, Dame H7, droht besagtes Schachmatt auf H2, das muss Weiß parieren und das tut er mit dem Zug H3. Schwarz hat keine Zeit für G, schlägt H3, weil sich Weiß dann einfach den Turm einsacken könnte und Schwarz hat weit und breit keinen Mat-Angriff. Daher muss er ein Tempo verwenden, auf den Zug Turm nach B8 mit dem Turm weggehen und möchte dann sehen, wie er am Königsflügel weiterkommt. Nach wie vor liegen Ideen mit Springer nach F4 in der Luft. Wesley So beruft weitere Verteidiger Richtung Königsflügel, spielt Springer D1, um diesen Springer nach E3 zu stellen. Ding Lieren antwortet mit dem Zug A6. Aber ich bin nicht sicher über die Güte dieses Zuges. Wieder war die Alternative das schon bekannte Springeropfer. Springer nach F4 mit ziemlichem Chaos. Es scheint, als könne er sich Weiß gerade so verteidigen. Nach G schlägt F4 ist diesmal die Idee, Dame H4 zu spielen. Der Bauer von G3 wurde weggelockt und es droht Dame G3, nebst Schachmatt. Einzige Verteidigung ist König nach H1, Dame nach G3. Und jetzt bloß nicht Turm G1 wegen Turm schlägt H3 und Matt im nächsten Zug. Aber es gibt eine Parade und zwar den Zug Dame E8 Schach, König G7. Und Dame schlägt H8, beseitigt diesen Turm auf Kosten der Dame. Aber nach König schlägt H8, Turm G1 sieht es aus, als würde Weiß am längeren Hebel sitzen. Dame H4, König H2. Der Angriff ist abgeschlagen am Königsvögel. Und wenn wir die Figuren durchzählen, hat Weiß ziemlich viel Holz für die schwarze Dame. Wahrscheinlich zu viel Holz. Das wird Dinglierin alles gesehen haben und es wird ihm nicht gefallen haben. Daher greift er zu dem Zug A6, der gut aussieht. Wenn dieser Läufer jetzt weggeht, sagen wir Läufer A4, B5, Läufer B3, Läufer D7. Und Dame C2 hätte Schwarz auf einmal alles erreicht, was er will. Jetzt könnte er Sprenger F4 spielen und Weiß hat nicht mehr das Gegenspiel, was wir vorhin gesehen haben. So dass Schwarz hier gewinnen würde. Nach G schlägt er F4, Dame H4. Wieder mit dem gleichen Plan, der diesmal nicht zu parieren ist. Aber es gibt eine sehr clevere Riposte und zu dieser greift Wesley Sow. Dame E8, Schach, König nach G7. Und hier sieht es auf den ersten Blick gut aus für Schwarz. Die Dame hängt. Zurückgehen will sie nicht. Der Läufer hängt schließlich auch. Aber Wesley Sow hat einen Trick vorbereitet. Der Entzug Dame schlägt D8. Ein Damenopfer, um die schwarzen Kräfte abzulenken und seinem Turm den Weg nach C7 zu bahnen. Turm schlägt D8, Turm schlägt C7. Gewinnt nicht die Dame zurück, denn Schwarz hat den Zugläufer D7. Und dann spielt er auch. Aber jetzt, wenn wir nach Turm schlägt D7, Turm schlägt D7, Läufer schlägt D7 durchzählen, sehen wir, Weiß hat drei Figuren für die Dame, was genug ist. Nicht unbedingt mehr als genug, aber genug. Und er hat vor allem Figuren, die sehr schnell ins Geschäft einsteigen können, während der schwarze Angriff sich mangels Masse ein bisschen aufgelöst hat. Geh schlägt H3, König nach H2. Und was hier faszinierend ist, in dieser Stellung und in allen weiteren, ist, dass der Computer meistens Ausgleich anzeigt oder hier sogar minimalen schwarzen Vorteil an dieser kleinen Bar. An der Seite könnt ihr es erkennen. Aber ich glaube, jeder qualifizierte Mensch würde hier sagen, dass Weiß sehr, sehr großen, wenn nicht entscheidenden Vorteil hat. Weil er einfach drei Figuren hat, die dieser Dame in der Stellung überlegen sind. Vielleicht noch eine kleine Schwäche von Computern, dass sie die Dame manchmal überschätzen im Kampf gegen viele Leichtfiguren. Oder eine kleine Schwäche von mir, dass ich die Stellung nicht verstehe. Ich wäre relativ überrascht, wenn Weiß hier nicht deutlich, deutlich besser bis auf Gewinn stehen würde. Turm nach B7 wird gespielt. Er versucht, diesen Turm zu aktivieren. Läufer nach E6. Springer nach F8. Läufer nach F5. Dame nach H5. Springer nach G4. Züge hier sind gar nicht so relevant. Schwarz kann über kurz oder lang nicht verhindern. Das Weiß sich maximal aktiviert. Dann diese Bauern einsammelt. Und dann mit feinten Kräften auf den schwarzen König losgeht. Von daher denke ich, dass diese Stellung ziemlich fürchterlich ist für Schwarz. Auch wenn der Computer nach wie vor 0-0-0 anzeigt. Sprenger D7. Denglieren tut sein Bestes, seine Kräfte zu aktivieren. Läufer H6. Schach. König nach H8. Und Springer D3. Jetzt ist die Weiße Armee voll koordiniert. Schwarz muss was tun. Er greift zu Turm C7, um seinen Turm zu aktivieren. Und Läufer schlägt D7. Eine sehr pragmatische Antwort von Wesley Sow. Vertreibt diesen Turm von der C-Linie. Und gewinnt damit ein halbes Tempo, um diesen Bauern einzusammeln. Für Schwarz ist nachher vor guter Rat teuer. Er hat nicht mal die Zeit zurückzugehen nach C7. Weil jetzt sehen wir die Computerwertung ausschlagen. Jetzt kann Weiß die Dame gewinnen. Das ist nicht im schwarzen Sinne. Daher muss Denglieren diese Drogen parieren. Mit Turm nach F7. Bietet den Turmtausch an. Und nach Turm schlägt F7. Dame schlägt F7. Würde Weiß auch besser stehen. Aber die Sache wäre noch nicht völlig klar. Mit der Dame gibt es immer Gegenspiel. Obwohl auch hier nach Springer F5 mir die weiße Sache sehr vielversprechend erscheint. Wesley Sow spielt jedoch stärker. Er spielt Turm F5. Sagt, Damen tauschen können wir machen. Aber bitte zu meinen Bedingungen. Turm tauschen, sorry, nicht Damen tauschen. Zu meinen Bedingungen. Und zwar möchte ich gerne einen Freibauern auf F5. Schwarz könnte Dame G6 spielen. Aber dann hat Weiß viele starke Möglichkeiten. Zum Beispiel einen Zugläufer F8. Um diesen Bauern aufs Korn zu nehmen. Und früher oder später muss Schwarz so oder so auf F5 tauschen. Daher macht Denglieren das sofort. Und nach E schlicht F5 hat Weiß einen neuen Trumpf. Nämlich diesen Freibauern. Und in Kombination mit den Leichtfiguren wird dieser Freibauer sehr schwer aufzuhalten sein. Der Computer sagt immer noch Ausgleich. Wie wir sehen können, der Computer hat Unrecht. Weiß steht hier auf Gewinn. Und in ein paar Zügen wird auch dem Computer esklar werden. Dame nach F7. Läufer nach G5. Bereitet die ideale Konfiguration vor. Mit F6. Und Springer nach H6. Bauer B5. Schwarz kann nicht wirklich was tun. Und jetzt auf einmal sehen wir, wird dem Computer klar, dass Weiß auf Gewinn steht. Aber es liegt nicht wirklich an dem Zug B5. Auch nach jedem anderen Zug hätte er es früher oder später eingesehen. B5. Sprenger nach H6. Dame nach F8. F6. Und wir sehen schon, die weißen Figuren im Team prügeln einfach diesen Bauern durch auf die 8. Reihe. Dinglieren versucht noch Gegenspiel zu organisieren mit seinem E-Bauern. Aber es kommt zu spät. E4. F7. Dann droht Läufer E7. Dinglieren. Werft den E-Bauern ins Rennen. E3. Wesley Sow lässt sich nicht ablenken. Er hätte auch hier mit G4 versuchen können, diesen Bauern aufzuhalten. Was auf lange Sicht auch gewinnen sollte. Aber es gibt keinen Grund dazu. Läufer E7. E2. Sprenger H4 Schach. König H7. Läufer schlägt F8. Schwarz bekommt zwar eine neue Dame. Aber auch der weiße F-Bauer ist noch am Leben. Schwarz hat keinen Dauerschach. Und das war's. Es gibt noch ein paar Rache Schachs oder einen Versuch Dauerschach zu installieren. Von Dinglieren. Aber das wird nicht funktionieren. Weiß hat viel zu viele Figuren, mit denen er die Schachs parieren kann. Dame E2 Schach. Sprenger nach F3. Jetzt gibt es keine Schachs mehr. Und dieser F-Bauer ist nicht wirklich aufzuhalten. Zum Beispiel. Dame E7. Dann am einfachsten. Sprenger nach F5. Greift die Dame an. Sie kann entweder sofort auf F7 schlagen. Dann kommt Sprenger G5 Schach mit Gabel. Oder sie könnte versuchen, sagen wir Dame F8. Den Bauern so aufzuhalten. Aber dann läuft er D6. Und wieder entscheidet Sprenger G5 Schach. Also ich habe das Ende ein bisschen schneller behandelt. Weil ich denke, dass diese Stellung hier nach Tormer 5, aber auch vorher schon, absolut hoffnungslos für Dinglieren ist. Einzig merkwürdige, dass der Computer so lange braucht, um das einzusehen. Also ein schöner Sieg für Wesley Sow. Der nicht das beste Jahr hatte bisher. Ein hartes Turnier im Sinkfield Cup in St. Louis. Wo er drei Glanzpartien in Folge verloren hat. Gegen stärkste Gegner. Schafft dadurch seine Elo ein bisschen runter auf 2,67. Aber er scheint wieder da zu sein. Sehr gut vorbereitet. Und eine sehr schöne Partie gegen Dinglieren. In dieser Gambit-Variante. Ich denke, die Theorie-Füchse sollten sich anderen Zügen als B6 zuwenden. Wahrscheinlich den von Robin van Kampen empfohrenden Aufbau mit Turm F7. Sprenger schlicht A7. Läufer D7. Dann Turm F8. Läufer nach F8. Und Turm G7 mit hochkomplizierter Partie. Aber ich bin sicher, wir werden hier weitere Entwicklungen sehen. Ich bedanke mich fürs Schauen dieses schon viel zu langen Videos. Das Spielbaumaster scheint so interessant zu werden, dass ich ab morgen, wenn alles gut läuft, es live kommentieren werde. In englischer Sprache auf Chess24.com. Wenn ihr es sehen wollt, schaut vorbei. 16 Uhr Chess24. Um meine weisen Gedanken zu den Partien zu sehen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020